Hallo, mein Name ist Achim Hepp und ich führe Sie durch das Videotraining zum erfolgreichen und professionellen Social-Media-Management mit dem Tool Hootsuite. Seit 2010 arbeite ich als Berater und Trainer im Bereich Social-Media und Online-Marketing. Dabei setze ich seit Anfang an Hootsuite für meine eigene Kommunikation in den sozialen Netzwerken ein und bin seit 2013 auch zertifizierter Hootsuite-Professional. Das Videotraining richtet sich an Nutzer, die ihre sozialen Netzwerke für sich und auch im geschäftlichen Leben einsetzen und dieses professionell mit einem einzigen Tool machen möchten. Von der Auswahl des richtigen Tarifs bis hin zum gemeinsamen Arbeiten innerhalb eines Teams in Hootsuite erkläre ich Ihnen alles bis in die Details. In den einzelnen Kapiteln vermittle ich Ihnen zunächst allgemeine Grundlagen, die ich dann in den einzelnen Filmen auf die Funktionen dieses Tools herunterbreche und ausführlich erläutere. Hootsuite hilft Ihnen von Haus aus bei der Verwaltung von Twitter, Facebook-Profilen und Seiten, Google+, LinkedIn, Foursquare, WordPress und sogar dem japanischen Netzwerk Mixi. Dieser Funktionsumfang kann mit Apps noch erweitert werden und gibt es einmal keine App für einen speziellen Dienst, können auch eigene Apps erstellt werden. Hier sind also fast keine Grenzen gesetzt. Analyse und Report sind weitere Punkte, die sich von Haus aus aber auch erneut mit Apps und Diensten erweitern lassen. Daher nutzen bereits unzählige Agenturen aber auch die Mehrzahl der Fortune-100 Unternehmen Hootsuite für Ihr Social Media Management und Reporting. Dies ist ein guter Beleg für die Qualität dieses Tools. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit diesem Videotraining und freue mich drauf, wenn Ihnen Hootsuite etwas Arbeit beim Management Ihrer Sozialen Netzwerke abnehmen kann.